Musik Hast du's gemerkt? Wir haben vergessen, Sie was zu fragen. Du meinst, was geht ab? Ja, komisch, nicht? Eigentlich nicht. Wir haben gerade beide eine ernsthafte Beziehung und unsere Freundinnen wissen, dass sie uns vertrauen können. Warum Hamburger essen gehen, wenn man zu Hause Steaks in der Pfanne hat? Du hast recht, wir sollten hier nach wirklich essen gehen.